Hallihallo, Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei ARK Survival Evolved. Hier wir in schwebenden Lüften. Achso, ich habe vergessen das Dings auszumachen, das Overlay. Ja, wir haben gerade Nacht reinbekommen, ganz frisch vom Laufband. Und da oben schwebt der Darkie, Darkie the Breeze, natürlich mit dabei. Hallihallo! Und meine Wenigkeit, der Knusperkorb auf seinem, wie hieß er? Gertraude. Gertraude. So, äh, genau, wir, wir machen jetzt, äh, irgendwie, also das Overlay wieder an. Ich bin Batman. Ich hoffe, das wird gleich wieder Tag, es wäre ganz angenehm. Ja, ich habe auch mal die, die, die Dings geben. Wo soll man sagen, irgendwie ein Felsen? Ich bin gleich runter, runter bin ich hier, gerade runter, ab Rundfunk, sozusagen. Ist da nichts? Vorher hast du mir noch erzählt, guck mal hier, guck mal, wir machen das so. Ja, ja, den habe ich aber jetzt nachts nicht mehr gesehen, leider. Wir machen das so, du steigst jetzt ab, schmeißt das raus, steigst auf und dann steige ich ab. Warte, jetzt sammle ich erstmal, ja, das macht Sinn, ja, sammle ich Sinn. Hatte, Sekunde, Job. Ich muss bloß gucken, wo das hinschmeißt. Ich sehe es nicht. Öh? Liegt hier ein bisschen weiter nach vorne bei dir. Ja, ich glaube, ich stehe fast drauf, ne? Ja. Okay, habe ich. So, und du musst ein bisschen auf meinen Vogel mit aufpassen und, äh, so, und auf die Umgebung. So 19 Wände, die werden aber für das Projekt jetzt nicht reichen. Nee, haben sie nicht, aber. Ich muss die ja auch noch für innen bauen. Aber die gehen ja auch schnell. Ein Stego macht jetzt nix aus erstmal, ne? Nee, macht mir nix. Der muss mal ein bisschen höher gehen, weil sonst sehe ich nämlich gar nix. Ja. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt anfange am dümmsten. Genau. Ja, sieht gut aus. Sieht geil aus. Okay. Die Frage ist auch, willst du immer gerade oder kannst du ja ein bisschen krumm? Ja, ein bisschen krumm, kann man ruhig machen. Weil ich würde jetzt so ein bisschen zu deiner Seite her, also so ein bisschen rüber versetzt gehen. Okay, ne, dazu habe ich dich ja gerade. Ich muss hier ein bisschen, weißt du, so 10 Grad, 15 Grad, warte mal hier so in die Richtung. Guck mal, so. Ich höre schon, ich höre schon einen Spuker-Klopper, ja. Ich merke einen Spuker. Ich sehe nix mehr. Oh, ich sehe nix. Ach, da. Ich sehe gar nix mehr. Was ist denn? Da. Aua. Also, ne, das ist ja nicht, jetzt hast du. Warte mal, habe ich die Wand gut gesetzt? Ja, ja, super, super. Warte mal, halt, ich sehe sie gar nicht. Höhenunterschied ist zwar jetzt gegeben. Ja, gut, das hast du halt. Ja, ja. Und bei der nächsten würde ich nochmal diese Schräge machen, dass du hier vorne an dem, also hier vorne an dem Stein vorbeikommst. An welchem Stein? Hier ist ein Stein, ja, 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 ja. Warte mal. Wo sind deine Gertraude? Ja, das geht. Muss man eben schauen, nicht, dass Gertraude hier geärgert wird. Scheiße, jetzt sinkt das hier voll in der Luft, ne? Ja, das, du ganz ehrlich, verabschiede ich. Ja, aber da laufen ja die Tiere unten durch. Ach so, du, ach ja, 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 ja. Die Käfer zum Beispiel dann vielleicht? Ich hätte eher einbiegen müssen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, aber da muss ja, da muss ja mit dem Stein durch. Ich gehe erst mal kurz zur anderen Seite. Ach du Scheiße, ich sehe nix, es könnte ruhig hell werden. Ja, wird ja gerade. Es dämmert. Dass die so in der Luft hängen, das ist echt scheiße. So, weil hier baue ich nämlich gerade voll auf dem Berg hoch, das ist voll kacke. Da müssen wir dann vielleicht zur Not nochmal irgendwie was zu bauen. Ich kann mich ja dran erinnern an jemanden, der sagt, muss ja nie Leben sein. Kennst du mein Problem von letztes Mal? Vielleicht. Wird das jetzt wieder dunkler, oder kommt das mir geradezu noch dafür vor? Vielleicht kann ich dich gerade nachvollziehen, ja. Das weiß ich, ich mache es einfach so, und jetzt biege ich halt scharf am Berg lang. Ja, das kannst du machen, ja. Das Problem ist, in Forest, also du kennst ja Forest, in Forest siehst du wenigstens die andere, wenigstens die Blueprints, bevor sie geboren. Äh, was machst denn du hier? Affe. War nicht auf der Mauer landen, doch, oder? Doch, theoretisch schon. Das setzen wir hier oben auf den Stein. Ja, du sollst aber gucken, ne? Ja, ich gucke. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie weiter. Du musst mir das schon ein bisschen sagen. Das ist so in deine Richtung. Ja, mach mal zu dem Stein da so in die Richtung. Hinter dir ist ein Stein. Okay, also ein bisschen in meine Richtung jetzt. Genau, 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 genau so. Ich baue von Ihnen, informationstechnisch. Jetzt ruhig eine richtig scharfe... Ach so, rüber. Ich dachte, so ein bisschen, das ist ein bisschen richtig scharf, hast du gerade gesagt, da war es schon zu spät. Ja, aber so geht es doch. Also so ist doch nicht schlecht, oder? Die Hütten ist auch nicht offen, das ist gut. In einer Stelle war offen, aber es ist nicht so wilde. Das ist ja nicht so. Und jetzt, ähm... Jetzt müssen wir gucken, dass wir... Ja, hier zwischen die Steine, geht das? Hier so zwischen? Äh, wenn ich dann hier lang? Ja, klar, geht doch. Müsste, müsste funktionieren. Hallo, neun. Ja, so. Hallo, neun. Hallo, neun. Ich würde gerne hinter mir auf den Stein hier. Ja. Das ist ein Metall. Ja, das ist mir egal. Hauptsache, der lässt mich drauf. Na, da guck ich wieder drüber. Ich kann meinen Vogel levelen. Stamina habe ich euch genug, aber ein bisschen Militimätschstekunde. Oh, das sieht gut aus. Du hast sogar genau getroffen. Na, na, shit. Weiß ich nicht, jetzt geht es um die Gruppe. Ist das nicht so wilder? Weiß ich es geht. Wie klar geht das? Wo soll denn das nicht gehen? Obwohl, jetzt hier, da wo ich sitze, weißt du, die... Genau, so. Cool. Ich habe dich nie gesehen, aber egal. Ja, ich sitze genau hier oben. Da unten ist ein Spucker. Wo, 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 wo. Da, wo du gerade... Wo ich die nächste Mauer setzen würde. Ach, da. Ich hole ihn. Ich hole ihn dir. Hol ihn dir, Junge. Geh weg, du Affe. Ich kenne Affe, es ist ein Spucker. Affe, es ist ein Spucker. Toll, er spuckt nach mir, ein ganz ein kluger Spucker. Ich glaube, das haben die so an sich, oder? Nein, er hat nach mir im Flug gespuckt. Jetzt würde ich, ähm, gucken wir mal, eben, warte mal, Sekunde. Genau, hey, hey. Ich schätze immer meistens bloß. Wenn wir zwei verheiratet, dann können wir unsere Gitarre lesen. Ich hoffe es nicht. Also, ich meine, jetzt zwischen die Bäume, zwischen die Bäume hier durch. Zwischen welche Bäume fliegen wir lang? Hier durch. Da lang, okay. Krisch, ich eigentlich jetzt erst mal gerade ein Stück, ne? Wäre dann theoretisch. Genau. Das könnte ungefähr hinhauen. Genau. Ey, ich schubs mich nie. Entschuldigung. So. Ja, das war nicht gerade, aber egal. Egal, da gehen wir hier. Warte mal, stimmt das hier unten wegen den Bäumen und den Wurzeln? Ja, jetzt musst du hier halt an dem Stein entlang, zwischen dem Baum wieder durch, würde ich sagen. Also, weißt du, hier, wo ich jetzt bin? Das ist halt echt doof hier zu bauen, ein bisschen. Ja, ja, logisch, ist das doof. Deswegen machst du das. Ja, die könnten so ein Clipping-Dings dran haben, so ein bisschen. Sehr geil, ja, dass sie rot werden, wenn es nicht funktioniert, ne? So, passt. Ja, so können durchgehen. Ich kreise immer ein bisschen. Oh, das sieht gut aus. Scheiße, jetzt steht hier ein... Na ja, gut, probieren wir was anderes. So, toll. Und jetzt würde ich von hier wieder schon, schon, denk, am Stein entlang. Genau, hier so knapp. Ich muss mal kurz auf den Stein drauf, das ist ein... Ich komme mal auf den Stein nicht drauf, der ist viel zu hoch. Kannst du mich mal hochheben? Ja, wollte ich gerade, wenn du stehen willst. Äh, kann ich dich nicht hochheben? Ich bin doch klar, ich bin nicht zu schwer, wenn du siehst. Ja, hast mich. So, ich bin wieder drauf absetzen. Ja, welches, welcher war der Baum, der Baum genau drauf ist eigentlich, wenn du so nimmst. Geh das? Äh, warte, äh, ne, ne. Ich sehe, ich sehe halt nicht, ich sehe nur Blätter. Ja, das ist gerade echt doof. Ich glaubte das. Ich wunderte... Nein, nein. Schick mal, schick mal. Ich muss genau das X drüber treffen. Warte mal, auf den Boden lang. Warte mal, Sekunde. Achso. X, Röhm, noch mal. Ah, okay, das war unten. Ich probier's nochmal so. Es geht wohl. Es geht wohl bis heute runtergerutscht. Aber im Prinzip musst du ja hier nur, kannst du ja von außen bauen, oder ist das nicht? Ja, das Problem ist, ich hab dann einen eingeschränkten Sichtbereich. Guck, so. Ja, und wenn du jetzt hier einen Stemmbogen rüber machst, also hier rüber. Ja, genau dann hier, guck mal hier, wo ich langpflege, hier dazwischendurch. Oder ist das schon wieder zu eng? Ja, das ist recht eng. Das ist zu klein, denke ich, oder? Ja, 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 wo hier durch den Wald kommt. Das wird ein bisschen tricky, aber wir müssen irgendwie hier noch ein bisschen am Wald lang, würde ich sagen. Ich mein, ist schon ein großes Gehege, wird schon groß. Das soll ja auch groß, ich mein. Ja, genau, ich mach jetzt noch mal eins so ein bisschen gerade, ne? Warte mal, wir könnten hier, schau mal, hier rüber. Wieso darf ich dann nicht bauen? Hier hin, Sekunde. Ob ich es nicht? Ja, ja, da wollte ich gar lang bauen, ne? Und dann zwischen diesen zwei Steinen hier. Hier geht's aber wieder so ein bisschen runter, das ist schon wieder mal ein Problem. Deswegen würde ich dann eher lieber den Stein hier mal wegkloppen. Und dann hier lang bauen, wo der Stein ist. Der hier, wo ich hier gerade dran springe. Ja, ich dachte, ich bin zwischen den zwei Steinen durch. Ich weiß nicht, ob ich das... Na, da müsste ich ja diesen Hang runter und das will ich eigentlich nicht... Ach so, ach, ach, ja, da ist wieder ein Loch da, ja. Ja, genau, deswegen. Das mache ich jetzt erstmal eins noch gerade, ne? So weit. Wenn es mich lässt, ja. Gucken die Bäume durch, ist auch schön. Ähm, und jetzt würde ich nämlich mal kurz die Picke nehmen und mal den Stein wegkloppen hier. Okay. So, Pursen ist in dem Spiel echt mega ungewohnt. Also, Ranking of Kings spiele ich super gerne in Third Pursen, aber hier bei Art geht das irgendwie gar nicht. Ich müsste dann mal... Kannst du mir mal nebenbei Baubären sammeln? Oder sowas? Irgendwas zerfretzen? Kann ich machen, ja. Das wäre super mega geil. Super geil? Super geil. La 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 la, ich trinke meinen Schluck nebenbei, währenddessen ich hier auf den Stein einprügel. Oh, und eine Stimmbär habe ich. Und einen Pfeiber. Und einen Azul-Bär, also eine. Ja, das ist nie so viel. Wann dein Tier noch was einstecken? Nee, ne? Ich glaube nie. Könnt ihr eben heimfliegen und was holen, aber... Ach, nö. Ach ja, gut, elf Mio-Bär ist, hätte ich auch noch die Foto verhungernst. Ja, gut, das ist... Naja, verhungern tue ich noch nie. Ich dachte jetzt bloß so, dass ich schon mal welche habe, falls ich... Anverhungern bin, so ungefähr. Stamina geht auch gerade ein bisschen in den Arsch bei mir, aber ich hoffe, der Stein ist nun mal irgendwie... Also sechs Mauern habe ich noch nochmal informationstechnisch gerade, ne? Okay. Also die kannst du echt nicht viel, also... Die reichen nie, aber... 70 und 25 Hals brauchst du für eine. Also das kannst du dir locker da zusammen formen, ne? Das ist nicht so das Thema. So, jetzt müssen wir diese Steinfetzen mal kurz bitte sich verabscheuen. So, jetzt müsste ich ja eigentlich krass um die Ecke, also um die Kurve. Ich sammle hier noch, ich stehe auch mal gerade neben deinem Flugi. Ich habe mir schon überlegt, ob ich den eben mit reinnehme und, ähm, ja, bei dir mal innen, innerhalb der halben Mauer schon hinstelle. Weil hier draußen, wenn einer kommt, dann bin ich ja fast nicht mehr da. Kannst du, kannst du, kannst du, kannst du machen. Ja, das wird doch... Wird das schon wieder dunkel, oder? Ne, ne, das täuscht locker bloß. Da zieht vielleicht einen Strom auf oder so. Jetzt habe ich wieder hier einen Stein, genau da, wo ich mich hinstellen müsste, damit ich ordentlich bauen kann. Oh, das ist doch kacke. Hier sortiert es eigentlich die Meo-Berries gerade bei mir nicht ein, ich weiß es nicht. Okay, dann müssen wir es halt so machen. Hier sortiert es ein, okay. Elf Tintos, neun Azul und acht Arma und 22 Meos. Dann haben wir Fortitude nochmal auf 52 mal. Oh, nee, so schlecht. Ja, ich mache noch ein bisschen. Du, du schreist, wenn du Hilfe brauchst, ne? Na, ich habe schon gekriegt mit K. Mit der ganz großen Aussicht, ging es gerade so ein bisschen trickier worden. So, jetzt müsste ich theoretisch... Sie brauchen nicht mehr vielem... Oh, da überliegen diese Kacksteine im Weg, wo bin ich nicht. So, da. K. Jetzt muss ich mich bloß noch drehen. K. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Und ihr seht hier einen Busch in seiner natürlichen Lebensumgebung. Es ist komisch, dieser Busch. Man muss auch... So, wir wurden jetzt lang, da muss ich dort... Na ja, wir machen jetzt hier zu. Guck mal, das ist doch von der Range her, müsste doch... Na ja, doch, das reicht. Die großen Tiere laufen eh nie, sie laufen ja bloß die Kleinen sozusagen. Ja. Die Käfer dann, wenn wir welche haben und... Ach, deswegen Käfer und Spinnen vielleicht noch... Ja, die krabbeln halt echt durch, wenn was... Ja, spinnen. Die lassen wir ja nicht laufen, die Spinnen. Ja, ist eigentlich die Frage... Diese lustigen Spinnen... Oder Käfers oder wie auch immer. Ja, die Käfer. Die Käfer... Äh, nee, nee, halt das Gehege an sich. Jetzt weiß ich auch, was ich hier sagen wollte. Ach so, können die klettern. Nein, nein. Wollte eben fragen, und zwar sollen wir dann hier in der Mitte vielleicht einen kleinen Turm machen und oben ein Turm drauf. Ist das notwendig? Do that no good? Ja, wenn die nämlich von dem Flugi angegriffen werden, hören wir das ja nicht, weil die so weit weg sind. Ach so, ach so. Einfach, dass das praktisch... Da können wir ja machen über wilde Tiere und in der Mitte dürften ja eigentlich keine wilden Tiere sein. Wo hast denn du jetzt meinen Flugi hingestellt? Hier oben bei mir. Ich brauch den mal, ich hab keine Mauern mehr. Warte, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Ja, voll und mit dem, ja, bitte wieder. Ja, er followed dir. Nee, der followed dir und du sitzt aber gerade auf einem Vogel, das heißt, du kriegst das gerade nie weg. Ja, lande doch, du Affe. Drücken Sie mal bitte U. Ja, ich drücke. Nee, 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 nee. alter weist los was du da ruckelt es wieder man will immer so viele tiere spawnen aber ich will mir das weiß man von oben angucken hier das ist doch das ist doch mal groß ich würde echt sagen wir machen in der mitte in turm mit aus normalen wänden und oben eine kleine plattform wo man landen können mit der treppe runter der leite runter da können wir landen unser tierchen holen das machen was wir wollen und wieder zurück ja genau so machen wir das nur kannst du machen dann würde ich nämlich jetzt sagen wirklich ich gehe jetzt heim und machen turm du kommst ja noch beschützen ja noch beschützen tue ich dich noch naja wenn du dort den turm baust dann geht das denke ich mal auch ganz gut so mit tun hat oben drauf automatische törer und der mitte dort unsere unsere übungs Prozent trotz aufbauen unsere test torts weil wir wollten ja mal so eine so ein schießstand machen auch so ja könnte man machen genau okay stein müssen wir wohl holen minimal stelle ich den turm ja auch was will 70 brauchen ja 70 und 25 und wie viele brauchen wir jetzt ungefähr noch was schätzen ich würde sagen für sechs stück 1 2 3 4 5 gut gut okay ich brauche gut ich hab kein gut macht jemand sein dem gut oder hier drei oder mal machen mir fehlt bloß ein bisschen gut warte mal ein moment habe ich noch gut bisschen einstecken aber ich glaube ich habe in die außenmüll Kiste noch ein bisschen was eingeschmissen die an den Außenmüll-Table meinst du? Nein, Außenmüll warum habe ich jetzt wieder so mega ruckel 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 ich gehe mal eben mit 1000 Gramm raus ruckel ruckel Sood Items ich habe mich heute wieder warum Alter die ganze Zeit lief es auch was jetzt wieder Menü was haben wir hier an Gasolin Alter TTTT TTTT Kohle Kohle tue ich in den Dings rein hier hinten Spuck's schon aus 52 Metal Ingots, da bin ich zu schwer, schade das bringt mir jetzt aber einen Scheiß Metal Ingots habe ich da glaube auch irgendwie eine Kiste schon gemacht glaube ich zumindest Ach ich mach schon wieder mehr im Freischuss Fiberstone, Flint, Hight, Teen, Geratin Metal Ingots, ja Metal Ingots, geh mal da hinein Öl wird sortiert Öl wird sortiert Öl wird sortiert Achso, geht das auch in die Industrial Grinder? Ich glaube nicht Weil die eigentlich nicht im Spiel sind, theoretisch Äh Haben wir eigentlich den vorhin einfach laufen lassen? Wen haben wir laufen lassen? Den Industrial, äh den Industrial Cooker Ne, nicht den Cooker, wie hast du denn? Den Industrial Forge Scan, storage, contain, äh Forge Ja, ja, die lief bis eben gerade noch Okay, finde ich eine gute Idee von dir, dass wir ab sofort einfach industriell nicht mehr sagen Sondern nach Forge Äh, ja, ist eine super Idee von mir Das ist absolut klasse, weil, echt So, äh, Generator ist komplett voll Jetzt mache ich das wieder wie das letzte Mal Überall runter rein und der Rest kommt in die Kiste Okay Also da, wo es jetzt notwendig tut Ja Gut Ich war mit dem Falschen draußen, deswegen ist hier noch wenig Stein drin, deswegen gehe ich gleich nochmal Hier oben runter rein Wo ist denn unser Stein? Ne, hier Ach da Die Forge auch Ach ne, den habe ich letztes Mal schon umbenannt Der heißt jetzt Steini der Dritte Das ist doch eigentlich Molly Was ist das Steini? Äh, der, 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 der Knuffel Ne, Knuffel Ah So, und dann machen wir Werkzeuge, Waffenfeiler, Ammo, Siets und dann machen wir hier noch eine Gasolinkiste Rename Gasolin Buch Gasoline Ach ne, großgeschrieben, ach man nur Gasoline zum dritten Mal, verdammt So Das da hinein So, hätten wir das auch geklärt? Jetzt brauche ich gerade Stein Ne, ich brauche keinen Stein, ich brauche Holzmann Holzmann Holzmann, ich brauche Gott den Stein, weil Stein brauche ich auch noch Ja, geh aber genau, geh mit Steini der Zweite, oder wie? Ne, Knuffel der Dritte Knuffel der Dritte, okay Ich gehe mal kurz mit dem Dicken hier, ach ne, mit Xena ist es ja Man ist es kaum zu überwarten Achso, ja, deswegen dachte ich ich stampfextra stark auf Nein, 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 wir sind schon wieder bei 21 Minuten, was haben wir geschafft? Ja, ein bisschen, ein bisschen Homo gemacht ne es kommt mir nur so wenig vor ist ja das problem ist halt dass wir nicht viel schneiden wir könnten jetzt auch nur die geilen sachen wir fangen jetzt an schnell durchlaufen so aber ja das macht ja keinen sinn da bin ich nicht von könnte man muss man aber warum auch immer jetzt hier nicht dieser Doppelschlag gilt Lalalala hast du mal ein Thema nein bitte nicht Arxofen als Thema wäre sehr nett was Arxofen Arxofen nicht Arxofen als Thema ein Thema ein Thema ein Thema Wollnitsch oder was ist los Wollnitsch Wollnitsch Duitsch Nitsch ne ähm was mich zum Beispiel interessieren würde also wir müssen ja auf jeden Fall noch die Tore also was heißt denn von den Tore ja da machen wir wo machen wir den Schießstand obwohl ich den Schießstand wisst du was ey den würde ich hier draußen machen den können wir hier oben eigentlich mal gucken fällt uns schon noch was ein müssen wir mal sehen wo macht denn der das jetzt nicht der Affen so Molli steht hier auch noch eigentlich äh rum und darf muss sie gar nicht hier rumstehen ach mein das ist wie beim McDrive eigentlich hier bloß irgendwie bleiben die Tiere immer stehen das 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 ne das nie Sword Items so Molli du musst mal ein Stückchen rücken bitte kannst du nicht weil ich jetzt hier mit Money auf äh mit Szene aufgefahren bin hm das wollte ich jetzt nicht schauen ich wollte schauen wie viel habe ich den schon drin oh das reicht jetzt erstmal ich kann mich nämlich kaum noch wie ihr seht bewegen deswegen wollen wir auch immer auf das wird das Problem zu machen der Bühne blicken TTT möchte diese so dass zum Sieg ist dazu die Stattung die Stattung sollte ich nehme jetzt die ich steig hier ab die m8 auch shot die in den Markt von den von sie und so muss der Kasten von Woher weil ich bin wenigstens ein nachkommen sagt die Leide heißen mich so wie können wir nicht leiden müssen die viele Wende muss jetzt so machen Sechse so ungefähr zu besorgen ja 5 6 wo ist er denn mein Mann mein Knobelkopf Stürmer den es hingestellt hat und das ist nicht Prozent die Klinik vom Monat für die zweite Folge ich brauche jetzt ist gut hin sortiert Scheiße ich habe kein Wort wollen Prozent wo hat sie jetzt du hast sind warum was zum Tor wo ist jetzt das ganze Wut hin wo haben wir noch gut drin gehabt Kacke Wut hier in der Kiste das hat aber gerade irgendwo einsortiert die Frage ist wo wir hatten gut im Kupfer drin im wir haben die Worte das war oft gebraucht also kannst das doch schon mal nicht rein sortiert haben Wut Mülltebel vielleicht die haben wir auch keinster ja gut wie gesagt haben wir einen nein auch nicht und die Mülltebel zählen noch nie dazu wo ist denn jetzt auch das ganze Stein hin sag mal sehe ich das bloß gerade nie oder was ich habe doch gerade Stein und Wut einsortiert sag mal ich fühle mich gerade echt mega verkackeiert hier dann müssen wir doch mal die Laserstrahlen angucken ich sortiere nochmal eins ein dann gibt es einen Laserstrahl dann siehst du wohin da hast du einen Wut äh ich ne ein Stein hab ich ja Stein hab ich oder sort hä hm worum sortiert es das in deine Kiste was in meine Kiste in deine Kiste kann das sein dass du da irgendwas drin hattest was so Holz und Stein technisch irgendwie hier nur schön wird transportiert das jetzt alles wieder runter das könnte schon sein aber höh jungen aber so vorhin auch nie gemacht ich kraft da äh selber nein allgemein äh allgemein mit ich meine ich mache mal sieben acht wenn er jetzt noch so so scheiß drauf ach ich muss noch eine Corrected Stone ach ne alter wir sollen den Scheiß jetzt runter tragen du hast du Farben du hast Hate hier oben drin ich verstehe nicht warum ein Blueprint hast du hier oben drin die Farben sind absichtlich da oben drin ein Rocket Launcher hast du hier oben drin ja hab ich gefunden naja und du hast bitte denn das hier oben bist du so egoistisch ehrlich mal egoist weil ich ein Ego tu das bitte nie wieder sortieren die Zeugs Prozent Matri Baumaterialien bitte nicht in deine Kiste oben ein ja Schatz Prozent ich hätte das Wort eigentlich noch schnell fertig gebaut aber wir sind schon bei 28 Minuten mein Jahr meistert in der in der Zwischenzeit fix hat es auch so um Jochen zu machen so ein Cine am Anfang habt ihr ja gesehen da würde ich den Rest dann einfach mal fix setzen der folge polzen machen mann solche scheiß runter tragen ja wo geht in den stein und das holz in hier guck mal an zu da gehen die bote als wenn da haben sie sich da hoch der hamster sich das ein wenn unsere kiste stück nur wenn man in der kiste nichts mehr naja wo ins ist schon zu viel westlich meine in dem fall ist immer um vorne gong er soll er ein wenig gegen die gestritten mit nach dem hr so ist doch das jetzt kommt kurz vor dem abmalen so machen wir noch irgendwo wird dann was er was gewartet hat ja deswegen stelle sich mit dem dieser ich weiß schon was ich zumal machen wenn du so was anstellt Nein, bitte nicht schlagen. Oh doch, pass auf. Aber wie zielsicher er in meiner Kiste geschaut hat. Ja, weil der Strahl dort hochging, du Witzbold. Und der Raketenwerfer? Ach, da ist er noch. Ach, halt, das ist ein Blueprint. Sekunde. Ach. Ja, schwör. Du Egoist, den kannst du ruhig mit runterbringen in die allgemeinen Kiste. Das andere sind meine Farben, die habe ich selber gebaut. Da kannst du dir sonst so wohin schieben, Mann. Aber schiebt man sich nirgendwo. So, ich gucke mal gleich mal noch zum Abschluss. Wir haben schon zwei Cook-Meat, das heißt, zwei mal zehn sind. Ja, auch. 20 haben wir. 20 Jockey-Meat, meine ich, Entschuldigung. Warte mal, wohin der Blueprint? Hier rüber. Das war hier. In die Blueprint-Kiste, steht dran, Blueprint-Kiste. Ja, das gab ja dann, letztes Mal hast du das ja irgendwie noch gesplittet. Ach so, ja, das mache ich dann bei Gelegenheit, wenn es notwendig ist. Bist du mal, da gab es nämlich die guten Blueprints, schlechten Blueprints. Ja, das mache ich. Hier ist ein Platz für Schränke, das wäre jetzt nicht das Problem. Da schränke nichts. So, du darfst. Darf ich? Warte mal eben. Schauen wir noch ein bisschen wild. Jetzt tue ich das noch eben hier rein. Und mache noch eben das hier so. Machen wir so und so und corrected. Ja genau, machen wir 15. So, sehr schön. Also, meine lieben Freunde, alles klar. Danke fürs Zusehen, meine lieben Freunde und bye bye. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Ark Survival Evolved. Dann schießen wir jetzt gleich ein Gesicht, ich weiß es. Also, danke fürs Zusehen, mit mir da gebist und sonst keinem. Geil, der Pfeil, der kratzt in deinem Kopf steckt. Steckt der jetzt bei mir? Warte mal, Sekunde. Auf jeden, ey. Boah, guck mal, der guckt durch. Voll in die Stirn, Alter. Der guckt durch. Auf voll innen, komm, Alter. Boah, du Affe, zum Glück nur ne Fleischwunde. Das war zum Glück kein Betäubungspfeil. War geil. Schön. Warte mal, das ist das Screenshot wert. Ja, genau, mach mal. Warte, halte ich drin. Ne, war schon okay. Hat schon. Sie ist schon erledigt. Ja, gut. Dann tschüss. Also, ja, bye bye, ciao.